hallo ihr lieben wir sind es wieder die anja und der kai von den erlebnisbummler ja und die jesse ist mit am start und natürlich auch die paula die sitzt gerade unterm tisch ganz genau ja scheiß wetter ist es regnet wir sind ein bisschen rumgefahren und jetzt ist uns irgendwie langweilig und ja was machen wir wenn es regnet außer unsinn hallo hallo ist denn schon jemand da ja hättest mich doch nicht so ich habe gerade eine leere flasche wasser im kühlschrank gepackt ja warum machst du denn sowas ja ganz einfach kann ja mal sein dass einer zu besuch kommt der nichts trinken will ein wenig arbeiten leckere kekse essen ja manchmal gucken wir auch einfach nur fernsehen wenn scheiß wetter ist aber am allerschönsten ist es doch gemeinsam spiele zu spielen und welche spiele wir immer so dabei haben und gerne spielen die stellen wir euch jetzt mal vor ganz genau los geht's bleibt dabei ja der klassiker ist natürlich schiffe versenken nicht verraten aber zu spät ich habe es gesehen und das macht auch die jesse gerne mit schiffe versenken soll man mal schiffe versenken ja das macht uns auch sehr viel spaß und ist ein langweilig killer zu eins meiner absoluten lieblingsspiele gehört eldorado ja das ist wirklich sehr schön das ist allerdings sehr groß deswegen im van nur bedingt spielbar wir haben es jetzt auf dem bett gerade aufgebaut aber das ist wirklich ein sehr sehr schönes spiel ganz klassisch haben wir hier noch so eine komplette spiele sammlung so eine reise spiele sammlung die ja unter anderem mit mensch ärgere dich nicht ausgestattet ist das coole hier dran ist dass diese figürchen dass es mal genetisch ist und man theoretisch auch überall unterwegs spielen kann das mensch ärgere dich nicht einmal so ein schlangen spiel dann haben wir schach dabei dann gibt es backgammon das spiel ist mir leider entfallen falls ihr wisst was das für ein spiel ist einfach mal in die infobox packen in die kommentare kommentare nicht info kommentare dann haben wir hier mühle und ja was ist das einfach in die kommentare also das spielen wir jetzt nicht so oft aber das war halt alles mit dabei am meisten spielen wir tatsächlich mensch ärgere dich nicht und wisst ihr wer gewinnt weil die gut mogeln kann das stimmt ja gar nicht ich mogel nicht ich spiel immer ehrlich das ist wohl wahr dann haben wir hier noch zwei ganz tolle kartenspiele einmal skippo ja und einmal uno flip uno flip uno kennt ja eigentlich jeder und uno flip ist eine sehr coole variante immer dann wenn diese karte kommt und die karte wird ausgespielt wird einfach das kartenspiel gedreht also geflippt und man spielt mit den anderen karten das macht eine menge spaß ja und wenn der kein mal keine lust hat dann spiele ich einfach mit der paula zusammen warte du bist noch gar nicht dran und wir zwei wir spielen gerade flotter das ist auch ein sehr sehr schönes spiel ganz schnell aufzubauen das ist einfach hier dieses ding und man muss halt diese chips einmal durch diese zahnräder befördern bis nach unten hin kann man allerdings auch nur zu zweit spielen aber es ist sehr sehr lustig was uns mal interessieren würde kanntet ihr die ganzen spiele die wir euch bis jetzt vorgestellt haben oder noch nicht welches kanntet ihr noch nicht schreibt uns doch gerne mal wir haben hier jetzt noch ein paar würfelspiele einmal ganz klassische kniffe dann kribbeln das ist auch echt lustig da muss man halt so ja da ist so ein spielzettel bei und dann steht da immer ganz genau was man würfeln muss das würde dann so aussehen das macht richtig spaß auch ja ganz normal die zahlen von 1 bis 6 aber jeweils farbig und so ähnlich wie Phase 10 das Würfelspiel und Phase 10 kennt ihr wahrscheinlich ja auch alle da gibt es ja auch verschiedene sachen von einmal hier das ist so ein kleines Pocket Phase 10 dann gibt es noch das Brettspiel das haben wir jetzt aber nicht dabei und auch noch andere versionen von dem Kartenspiel aber das ist jetzt gerade bei Oma und Opa genau weil die wollen ja auch mal ein bisschen was zu tun haben wenn wir unterwegs sind ihr könnt uns ja gerne mal in den Kommentaren schreiben welche Spiele bei euch immer dabei sind und welche eure Lieblingsspiele sind welches ist denn deins wenn du dich für eins entscheiden müsstest jetzt oh also ich spiele ja sehr sehr gerne das Slotter Spiel Slotter ne? ganz genau das macht mir sehr viel Spaß und auch hier das Uno Flip das ist auch ganz lustig genau schreibt doch mal in die Kommentare ansonsten sagen wir vielen Dank fürs zuschauen und wir hoffen dass euch dieses Video etwas Spaß gemacht hat und wir freuen uns über einen Daumen nach oben und falls ihr uns noch nicht abonniert habt lasst uns doch gerne ein Abo da das wäre sehr schön danke schön vielen Dank bis zum nächsten Mal tschüss ciao ciao